Ich hoffe, dass du jetzt schon filmst. Ja, das werde ich also dazu sagen, dass wir jetzt bei einer Degustation sind und dass wir hier vom Degustationsraum hinein blicken in unsere Kantine und die Tineyer, wo der junge Wein 2011 jetzt hier untersetzt wird. Und jetzt gehe ich hinein und hier ist Eric und David. Hallo. Und David wird uns mal zeigen, wie wir das untersetzen und was das für eine körperlich intensive Arbeit ist, die Maische hinunterzudrücken. Das stimmt allerdings. Jeglicher Fitnessclub, den spart man sich dadurch. Absolut. Und dann schauen wir vielleicht mal hinein, wie sowas dann untersetzt aussieht. Und da sehen wir jetzt, das wird wahrscheinlich ein Saracho. Also, das sind wunderbare Trauben mit einem wunderbaren Most, den David hier untersetzt. Danke. Danke. Danke.